Diese hier angebotene 2,5 Zimmer Wohnung ist ab Oktober 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf Pempelfort. Die Wohnung verfügt über eine Dachterrasse. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 51 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 850 Euro pro Monat. Wir freuen uns hier näher zu informieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017